Wer ist Fassbrass? Gibt es jemanden, der uns noch nicht kennt? Jemand? Zwei? Drei? Vier? Ich möchte euch das kurz vorstellen. An den Trombeten haben wir den Sankt Fidelis. Eigentlich heisst er gerne am Rhein, aber wir sagen ihn Sankt Fidelis. An den Posunen haben wir den Trombonius. Das ist ein Trombone. Trombone auf Englisch. Und latinisch wahrscheinlich auch Trombone. Keine Ahnung, ob wir sagen ihn Trombone. Das ist der Thomas Hauri aus Reignau. Unter der Tuva ist Norbert Kappeler. Er ist quasi unser Chef. Und zwar ist er Sankt Fassmeister. Nicht allermeister, aber etwas anderes. Das nächste Stück, das wir Ihnen spielen wollen, ist ein wunderschöner Walzer von Franz Bummerl. Und zwar heisst er Mausi. Viel Verlieren! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020